Seit jeher übertrafen sich die Menschen beim Errichten beeindruckender Bauten. Wow, das sieht unglaublich aus. Die ganze Anlage hier ist wirklich hunderte Meter lang ein riesiges Ding. Sehr beeindruckend auf jeden Fall, die Burg. Auch heute gibt es etliche solcher Konstrukteurinnen. Doch sie bewegen keine Steine, sondern Pixel. Nun lassen wir einen der Besten von ihnen, Baumeister Klimm, gegen eine Schar von Herausforderinnen antreten. Ihre Aufgabe, die Burgen des Mittelalters wieder auferstehen lassen? Wer überzeugt das Tribunal mit seinen Baukünsten? Ich glaube, der Turm hätte noch höher vertragen können. Ein Großteil deiner Mauern ist zu niedrig. Findet es heraus bei Bau die Burg.